Jo, meine Tesla-Aktien explodieren gerade. Ja, meine auch. Ja, und meine Amazon-Aktien gehen auch gerade hoch. Ja, Mann, ich freue mich auch mega darüber. Oh, du hast auch Amazon. Naja, ich habe vor kurzem Apple gekauft und die Gewinne sind auch top. Yep, absolut. Äh, Google? Hab ich. Was ist mit SAP? Alibaba? Yep. Netflix? Microsoft? Was ist mit Adidas? Yep. Okay, Moment mal. Wie kann es sein, dass du all diese Aktien besitzt? Zusammen kosten die doch mehrere tausend von Euro. Es ist so einfach. Ich kaufe einfach ETFs. All diese Unternehmen sind beispielsweise im MSCI All Country World schon vorhanden. Also wenn ich ein MSCI All Country World ETF kaufe von beispielsweise iShares, Spider oder ExtraCuts, kaufe ich tausend Unternehmen gleichzeitig. Wow, das fehlt mir einiges an Geldersparen. Ich bin so froh, dass ich Teaching Finance folge. Ich sollte euch mal für Fragen auf Instagram schreiben.